ja hallo und herzlich willkommen bei schwarzwald tv im regionalen infokanal auf youtube aktuell bin ich in lörrach in der freiburger straße im ortsteil tumringe und hier wurde um 16.35 am heutigen dienstag der 26 juli 2022 ein brand mitgeteilt daraufhin rückte die feuerwehr lörrach aus mit mehreren abteilungen wir haben aktuell 18 48 der brand ist unter kontrolle es gab glücklicherweise keine verletzte und die stadt lörrach die konnte für die drei hausbewohner die zum glück auch unverletzt geblieben sind eine unterkunft organisieren der brand hat stattgefunden in der burgstraße ich bin hier in der parallelstraße unten in der freiburger straße morgen kommen die brandermittler der polizei und schauen dann nach der brandursache denn die ist aktuell noch unklar begonnen hat der brand laut polizei vor ort in einem shop und hat sich dann ausgebreitet ja das haus ist nicht mehr bewohnbar schadenshöhe ist aktuell nicht bekannt und wenn es dann noch weitere polizei infos gibt findet ihr die dann anschließend in der video beschreibung drin ich habe bereits schon ziemlich am anfang rauchsäule bekommen und das ist das ergebnis leider schon wieder ein wohnhausbrand gestern erschien schlingen ortsteil obereggenen und parallel hat es dann noch am nachmittag in grenzachwile ein brandgegebenen mehrfamiliehaus so viel kurze infos und wie gesagt es kommt dann noch video bei gelegenheit als update nach es ist eigentlich hier total schade in diesem sinn alles gute liken als danke für die berichterstattung und weitere bilder demnächst auf instagram ich verlinke dann den link von instagram hier unter denen alles gute und dann und tschüss es gab natürlich dadurch auch ziemlich viel stau und auf die b 317 und schönen abend noch